Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE2K18, genauer gesagt einem Tutorial, was ich jetzt nochmal extra für den Universe-Mode produziere, aufnehme, der ja dann ab dem 1. Januar 2018 auf meinem Kanal zu sehen sein wird und den Karriere-Modus ablösen wird. In den Kommentaren lese ich in den letzten Tagen öfters mal diverse Fragen, wo manche Zuschauer wissen möchten, wo man denn jetzt etwas genau für seinen Charakter einstellt, den sie eben auch für den Universe-Mode hochladen wollen, damit ich ihn im Universe-Mode verwende. So, das Ganze zeige ich euch jetzt mal ein bisschen Schritt für Schritt. Also ihr seid jetzt hier im Hauptmenü von der PS4, auf der Xbox sollte es eh nicht aussehen, auf dem PC weiß es nicht, aber ist egal, ich kann sowieso nur auf die PS4-Inhalte zurückgreifen, also sollt ihr einen Xbox haben oder einen PC, ich kann euren Charakter, den ihr euch erstellt habt, nicht verwenden, denn es gibt zwei verschiedene, beziehungsweise es gibt mehrere verschiedene Community-Portale. Ich zeige euch das gleich dann auch nochmal, beziehungsweise kann ich euch das eigentlich jetzt zum Anfang zeigen. Gehen wir mal hier auf Community-Inhalte, gehen wir mal auf Downloads. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis das Ganze hier geladen hat. So, jetzt drücken wir die Viereck-Taste, um den Suchparameter zu öffnen und gehen hier unten auf den Hashtag 1. Das wäre für meine Karriere, also für die Sachen, die ich dann angegeben habe, was ihr eingeben sollt, damit ich die Leute finde, also ist einmal hier Evo-Verse, ist der erste Hashtag. Und das Ganze heißt nicht Evo-Verse, der Modus ist nach wie vor das Universe. Ich habe nur Evo-Verse überlegt, damit es was außergewöhnlich ist, was sonst keiner hat, damit ich eben die Wrestler finde. So, Hashtag 2 ist dann noch Evo2KTV. So, dann gehen wir mit Viereck auf Suchen und dann sehen wir hier schon eine Übersicht mit Leuten, die erstellt wurden. Sind schon wieder einige dazugekommen, die neu sind, alter, der sieht ja mal heftig aus. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier auf den Hergi, auf den Herginator. Der ist Mod bei mir auf dem Discord, ich zeige euch das Ganze jetzt. Details ansehen. So, der hat oben die Hashtag-Liste, seht ihr angeben, wann er das hochgeladen hat. Inhaltsname Herginator, so heißt sein Charakter. Und dann unten der Punkt. Hergi 666 Inhalte des Spielers. Kann ich euch jetzt leider so nicht zeigen, aber ich denke mal, ihr seht es. Das ist eben seine PSN-ID. Und ihr könnt ja auf der Xbox zum Beispiel nicht auf Hergi 666 klicken, weil wir hätten jetzt zum Beispiel auf der Playstation die Möglichkeit, ihn als Lieblings-Editor einzustellen mit der Dreieck-Taste. Ja, habe ich gemacht. Aber es ist eben nur für die Playstation. Solltet ihr auf der Xbox spielen, habt ihr eben andere Namen. Da gibt es ja Hergi 666, der auf der Playstation spielt nicht. Es kann ja zum Beispiel sein, dass sich jemals auf der Xbox oder jemand auf der Xbox auch den Namen Hergi 666 als ID nimmt. Und dann ist das Ganze schon ein Chaos. Also ich hoffe, dass das jetzt so einigermaßen verständlich ist, warum wir von der PS4 nicht auf die Xbox und die PC Community Inhalte zugreifen können. So, das aber jetzt zu dem Punkt. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze mit dem Erstellen funktioniert, damit es auch wirklich keine Probleme mehr gibt. Also ihr geht auf Inhalte erstellen und da erstellt ihr euch einen Superstar. So, dann würdet ihr auf neuer erstellter Superstar gehen. Dann erstellt ihr euch einen männlichen. Könnt ihr auch gerne einen weiblichen erstellen, das ist euch überlassen. Aber ihr kommt dann natürlich als weibliche Superstar, ist es unwahrscheinlich, dass ihr jemals ein Match gegen mich haben werdet. So. Es lädt noch ein bisschen. So, dann haben wir eben den Punkt mit Gesicht anpassen, Portrait scan. Das ist zum Beispiel, wenn ihr euch dann in die Community Inhalte ein eigenes Gesicht laden würdet. Hier ist zum Beispiel mein Gesicht. Und hier sind ein paar, die ich auch runtergeladen habe. Hier zum Beispiel Matt Hardy. Und da ist Jeff Hardy. Aber hier ist zum Beispiel mein Gesicht. Das mache ich jetzt nicht. Das ist eben nur der Punkt, damit ihr das seht, was da einzustellen ist. Also da müsst ihr euch selbst dann durchklicken. Und deswegen, ich gehe jetzt mal aus dem Punkt hier raus. Und zeige euch mal meinen Charakter. Und dann erkläre ich euch das am Beispiel von meinem Charakter. Wo aktuell noch das Moveset fehlt. Also das habe ich noch nicht eingestellt. Ich habe bis jetzt nur die Optik von meinem Wrestler erstellt. Beziehungsweise, wenn ihr meine Karriere-Videos kennt, dann wisst ihr, wie das Ganze aussieht. Also auf jeden Fall, wir gehen auf Erstellten Superstar bearbeiten. Mache ich jetzt, um euch meinen dann zu zeigen. So, und jetzt hoffe ich, dass ich meinen finde. Oh Gott, ey, das ist ein Chaos hier. Wo ist er denn hier? Der Evo. Da ist der Evo 2K. So, dann gehen wir auf Bearbeiten. Also ich gehe jetzt auf Bearbeiten. Und es lädt weiterhin. Naja, wer hat denn alles zu Weihnachten WWE2K18 bekommen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. So, und jetzt seht ihr das hier. Gesicht anpassen, der Portrait-Scan. Also da sieht man halt oben ein bisschen meine Haare. Ich finde es aber erstaunlich, dass es mir im Universe-Mode hier besser gelungen ist, meinen Typ realistischer Aussicht zu lassen, als eben in der Karriere. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Körper und so, was man alles einstellen muss. Das sind halt alles die Sachen, die ihr dann, wie ihr euren Wrestler gestalten wollt, da eben anpassen könnt. Das zeige ich euch jetzt nicht. Da müsst ihr euch eben, wie gesagt, ein bisschen selbst durchwurschteln. So, aber jetzt zu dem Punkt, der oft gefragt wurde. Wie erstelle ich denn eine Manager-Kleidung? So, ihr geht hier auf den Punkt Kleidung. Hier, Kleidung 1. Das ist der Punkt, wie euer Wrestler bei den Matches auftreten wird. Also hier zum Beispiel der Einzug. So sieht meiner eben aus, wie er zum Ring kommt. Und wenn er dann im Ring angekommen ist, um das Match zu bestreiten, hat er dann hier die Ringkleidung. Also so, und jetzt links hier von Kleidung 1. Das ist eben dann das Outfit, wie ich zum Ring komme. So, Kleidung 2. Das ist der Einzug. Das ist die Ringkleidung. Und ich bitte euch, dass Einzug und Ringkleidung einigermaßen identisch sind. Weil es ist ja, also es soll eine Manager-Kleidung sein. Meine Stimme versagt immer noch. Hallo Bronchitis, die immer noch da ist. So, auf jeden Fall geht ihr jetzt einfach mal hier auf Einzug. Und dann geht ihr auf Bearbeiten. So, und dann müsst ihr noch hier auswählen, Kleidungstyp Manager. Damit das die Manager-Kleidung von eurem Charakter ist. So, dann schicken wir das Ganze mit Bestätigen ab. Und, ja, das war es dann eigentlich schon mit der Manager-Kleidung. Dann eben Namensinfo, persönliche Informationen. Mal gucken. Das werde ich mir noch bearbeiten. Also ich werde nicht mit einer Gesamtattributsstärke von 100 hier in den Universe-Mode gehen. So, dann die Bildschirmpose passt eben noch an. So, und dann gehen wir auf OK. Also das ist eigentlich der gleiche Punkt, wie wenn ihr euch jetzt einen neu erstellen würdet. Nur ich habe ja meinen jetzt, deswegen habe ich euch das jetzt an meinem Beispiel erklärt. Und ich muss gleich mal definitiv was trinken. Alter Schwede, das dauert immer so lange, bis das gespeichert ist. Ich werde es euch auf jeden Fall jetzt ungeschnitten zeigen. Damit ich dann nicht irgendwie beim Schneiden oder so ein Fehler, oder dass mir ein Fehler unterläuft, dass ich eben wirklich hier einen reibungslosen Übergang habe. So, jetzt kommen wir hoffentlich irgendwann wieder zurück ins Hauptmenü. So, und damit hättet ihr jetzt die Optik eures Wrestlers angepasst. Dann gehen wir hier wieder raus, gehen wieder zurück ins Hauptmenü. Was ja auch wieder ein kleines bisschen lädt. Denn WWE 2K18 ist ja ein sehr, sehr nettes Spiel, wo unheimlich enorm viele Ladezeiten eingebaut wurden. So, dann kommen wir zum Punkt Moveset. Euer Wrestler braucht ein eigenes Moveset. Und da habe ich ja auch in dem Video zu meinem Universe Mode gesagt, bitte macht das Moveset realistisch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Kalisto habt, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, jemand, der so diesen Stil hat, dass ihr so diesen Chokeslam von The Big Show als Finishing Move habt. Oder wenn ihr zum Beispiel einen Braun Strowman habt vom Körper, dass ihr hier zum Beispiel so ein, so ein, weiß ich nicht, irgendwelche übertriebenen Sprung-Moves habt. Also sowas bitte ich euch zu unterlassen. Ich zeige euch das Ganze jetzt auf jeden Fall mal. Ihr geht auf erstelltes Moveset. Und dann warten wir, bis das Ganze wieder geladen ist. Denn wir sind ja hier beim Ladebildschirm-Simulator 2018 von 2K. Das war letztes Jahr leider nicht so cool. Also ich finde, da hat sich 2K enorm viel Mühe gegeben, dass man ordentlich viele Ladebildschirme bekommt. So, und dann sind wir jetzt mal alle. Da das zu kompliziert ist oder zu lange dauert, gehen wir mal auf erstellte Superstars. So, dann sehen wir hier schon ein paar, die ich schon runtergeladen habe. Hier ist meine, also gehe ich auf meinen erstellten Superstar und gehe auf die Standardbearbeitung. Hoffe ich zumindest. Das müsste eigentlich die Standardbearbeitung sein, weil es gibt noch die Schnellbearbeitung. Aber wir wählen die Standardbearbeitung. Denn ich bitte euch auch, übernehmt kein Moveset von einem Wrestler, der in dem Spiel enthalten ist. Bringt eure eigene Note ein, eure eigenen Vorstellungen, wie es auch bei der Erstellung von eures Wrestlers der Fall war. So, dann könnt ihr jetzt hier eben die Standardaktion und so weiter auswählen. Da habt ihr dann jetzt hier eben enorm viel Auswahl. Also hier geht das dann eben, dass ihr eure Moves einstellt. Hier auch beim Bodenangriff. Hier, was auch immer ihr da haben wollt. Wie gesagt, ich habe bei mir jetzt noch gar nichts eingestellt. Es ist einfach noch bei mir komplett das Standard-Moveset. Das werde ich jetzt wahrscheinlich, ja, morgen am 2. Weihnachtsfeiertag oder spätestens am Mittwoch machen. Weil ich habe da auch schon ein bisschen Zeitdruck, das merke ich selber. Auf jeden Fall, wenn ihr das gemacht habt, geht ihr dann unten auf OK. So, habt ihr das gemacht, ist das Moveset für euren Wrestler gespeichert. Dann geht er eben wieder zurück und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und das wäre dann eben der Einzug, der erstellt werden soll. Wie er eben auf oder zum Ring kommt. So, das ist dann hier der Punkt. Ebenfalls noch bei Inhalte erstellen. Und da wir nur einen einzelnen Superstar erstellen, gehen wir eben hier auf Superstar. So, der Ladebildschirm, Simulator 2018. Oh, jetzt hat er sich aber beeilt. So, und dann gehen wir oben wieder auf Erstellte Superstars. Und dann wählt ihr eben euren Wrestler aus. Hier gehe ich wieder auf Ebo2K. Und da habe ich jetzt zum Beispiel einfaches erstellen genommen. Weil da muss ich sagen, ich bin da nicht so kreativ mit dem erweiterten erstellen. Also, wenn ihr Lust drauf habt, ihr könnt ja auch gerne euch ein richtig exklusives und einmaliges oder einmaligen Einzug zum Ring erstellen. Weil ich bin da einfach zu faul, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir fehlt da ein bisschen die Kreativität und die Geduld. Und deswegen wähle ich einfach einfaches erstellen. Jetzt habt ihr eben auch schon gesehen, mein Weg zum Ring ist das magische Monster. Die Frage wurde mir auch schon aufgestellt. Und warum habe ich das magische Monster gewählt? Ich habe ja durch meine Karriere diesen Vexed-Style, was so ein bisschen angelehnt ist auf Matt Hardy, sein Woken-Broken-Gimmick. Und deswegen habe ich da das magische Monster gewählt, weil es meiner Meinung nach einfach sehr, sehr gut gepasst hat. So, hier sehen wir das Ganze, wie das noch aussieht. Aber ich werde es wahrscheinlich nochmal bearbeiten. Auf jeden Fall, hier stellt ihr dann die Bewegung ein. Drücke ich jetzt mal hier auf Viereck, dass ihr die Vorschau seht. Und das wäre dann eben mein Weg zum Ring. Aber solltet ihr die Karriere gucken, dann kennt ihr das Ganze ja. Und auf jeden Fall, hier habt ihr eben die Möglichkeit, hier bei... Oh, hier hat er übrigens sogar die Jacke an. Das ist ja beim Karriere-Modus irgendwie nicht der Fall. Da kam ja die Jacke dann erst, wenn er hier diese grüne Kugel auf den Boden geschmissen hat. Und dann hat er erst die Jacke angehabt. Also ich weiß nicht, warum das so war. Auf jeden Fall, da steht es ein. Das Gleiche bei Titelbewegung. Also wenn ihr eben Champion seid, damit er eben auch den Gürtel anhat. Also da sollte das schon identisch sein. Nicht, dass ihr hier zum Beispiel dann die Bewegung Magisches Monster habt. Also wie es jetzt bei mir zum Beispiel der Fall wäre. Und hier habt ihr dann in der Titelbewegung plötzlich hier einen Lucha-Superstar. Also was dann auf einmal ein komplett anderer Weg zum Ring wäre. Also sollte schon identisch sein. So, Einzugsmusik. Die hört ihr nicht. Das ist bei mir der Dämon der Hölle. Und dann Titan-Tron-Film ist bei mir noch Bray Wyatt. Mini-Tron ist Bray Wyatt. Film für Wand und Banner kann ich euch auch... Ach Mist, das war jetzt falsch. Das habe ich Charlotte genommen. Okay, hier sieht man... Ah, da sieht man einen Unterschied. Okay, also das ist hier so... Ich weiß nicht. Hat so ein bisschen gepasst mit den Sternen oder mit diesen Kugeln zu den Sternen, die ich bei Bray Wyatt eingestellt habe. Weil ich habe ja gesagt, übernehmt nicht etwas 1 zu 1, sondern variiert da ein bisschen. So, und dann haben wir hier noch den Film für die Bühnenrampe. Da habe ich eben hier das von The Ascension genommen. Aber wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich nochmal ein bisschen bearbeiten. Das ist einfach nur grob im Moment. Dann habt ihr noch Film. Da haben wir ja auch Ascension. Also könnt ihr halt auch hier was anderes nehmen. Aber ich habe, wie gesagt, da auch Ascension genommen. So, und dann habt ihr noch die Möglichkeit bei Filmanzeige das Ganze sogar auszustellen. Also, dass es hier komplett dunkel wäre oder so. Aber das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ich will ja schon, dass da ordentlich was zu sehen ist. So, und dann wäre das hier quasi abgeschlossen. Das sind meine aktuellen Einstellungen. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Hauptmenü. Einzug erstellen natürlich. Beziehungsweise fertigstellen. Hi, Düritzka. Ich habe gerade eine WhatsApp bekommen. Aber kann ich gerade nicht bearbeiten. So, dann gehen wir mal hier wieder zurück ins Hauptmenü. Und dann warten wir, bis der Ladebildschirmsimulator 2018 wieder angekommen ist. So, und dann geht ihr noch bestenfalls auf Sieg. Denn, sollte eurer, hier sehen wir es auch noch mal, unter Superstar kannst du einzelne Siegeszenen von Superstars und erstellten Superstars anpassen. Unter Team, bla bla bla. Die tatsächliche Präsentation der Siegeszenen ändert sich abhängig von der gesetzten Reaktion der Zuschauer in mein WWE. Je nach Face oder Heel. Alles klar, die Info habe ich auch noch nicht bekommen. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt auch was. Das habe ich hier noch nicht gemacht. Das habe ich nur in der Karriere gemacht. Denn wie gesagt, ich bin ja noch nicht fertig. So, dann gehen wir hier auf EWU2K. Dann nehmen wir hier wieder erstellter Sieg. Damit ihr wieder euch irgendwas eigenes erstellt. Denn das ist eben die Animation, wenn ihr das Match gewonnen habt. Damit man dann eben sieht, wie euer Superstar auf das Ganze reagiert. Und damit das nicht wirklich so einheitlich ist, dass da auch ein bisschen unterschiedliche Sachen drin sind, bitte ich euch wirklich, das vielleicht auch noch anzupassen. Das habe ich im Universe Mode in dem Infovideo nicht gesagt. Also solltet ihr euren Wrestler schon runtergeladen haben. Äh, runter, also den schon hochgeladen haben. Dann könnt ihr das so lassen. Aber für alle, die jetzt neu dazukommen, die können dann sich hier noch was einstellen. Hier zum Beispiel, weil ich nehme jetzt mal den allgemeinen Sieg 3. Also wie gesagt, ihr seht ja hier dann immer, dass das unterschiedliche Sachen sind. Das werde ich bei mir auch noch anpassen. So, Siegesmusik ist jetzt hier Einzugsmusik gewählt. Das heißt, es ist das, was ihr standardgemäß beim Einzug eingestellt habt. Dann noch den Minitron. Da lasst ihr am besten Arena filmen. Hier bei den vier Punkten. Weil, ähm, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel, zeige ich euch jetzt mal. Moment, wir nehmen das am Beispiel von dem, den ich hier an Wand und Banner, ist das das hier? Ja, hier auf jeden Fall da oben. Also lasst es wie gesagt wirklich am besten auf Arena filmen. Weil das ist ja das halt was, also wie die Arena ist. Es ist ja normalerweise nur immer auf dem Weg zum Ring, dass die Wrestler da was Individuelles haben. Ich glaube hier so, dass sich bei Wand und Banner was ändert. Das ist maximal beim Undertaker so und vielleicht Kane. Aber sonst lasst es einfach nicht standardgemäß. So, und das wäre eigentlich schon alles. Hier erstellt ihr dann eben noch quasi den letzten Part vom Sieg. Dann macht ihr das hier auch. Geht ihr auf Ja. Und dann zeige ich euch nochmal, wie das dann funktionieren würde, wenn ihr den Wrestler hochladen möchtet. Denn das waren eigentlich die vier Punkte, die für den Universe Mode wichtig sind. Jetzt warten wir noch, bis der Ladebildschirmsimulator wieder fertig ist. Da sind wir ratzfatz. So, dann geht ihr auf Community Inhalte. Dann geht ihr auf Uploads. So, und dann wählt ihr hier die Kategorie Superstars. Die ist schon ausgewählt. Dann klickt ihr hier auf irgend so ein Leerding. Also halt das erste, am besten bleiben. So, dann habe ich hier schon den Green Dragon und Shelton Benjamin. Also die drei stehen aktuell zur Verfügung, die ich hochladen könnte. Und dann wählen wir jetzt mal hier meinen aus. So, und warum ist jetzt zum Beispiel hier der Green Dragon und Shelton Benjamin auswählbar? Weil die haben wohl nicht eingestellt, dass der Superstar nicht mehr hochgeladen werden darf. Also wenn jetzt zum Beispiel bei mir wäre das jetzt der Fall. Ihr könntet mich jetzt nicht auswählen und auch nochmal hier in die Community Inhalte hochladen. So, dann seht ihr hier die Rückansicht. Das ist eigentlich hier egal. Dann gehen wir hier zum Upload-Menü. So, erneut hochladbar stelle ich ein Nein. Also wenn ihr Ja einstellt, dann ist es eben so, wie das, was ihr eben gesehen habt. Dann könnte irgendjemand euren Superstar bearbeiten und nochmal hochladen. Und das ist einfach was, was ich bei mir nicht möchte. Dann machen wir nochmal hier den Hashtag. Da gehe ich jetzt zum Beispiel auf meine Hashtag-Liste, weil ich habe es eben schon mal eingegeben. Der Hashtag 1 war ja Evoverse. Und der Hashtag 2 ist eben Evo2KTV. Und da hatte ich euch ja auch drum gebeten. Bitte in die Beschreibung euren YouTube-Namen reinschreiben. Das wäre jetzt eben bei mir dann hier... Also großen Lineschreiben müsst ihr eigentlich nicht bearbeiten. Das ist egal. So, hier Evo2KTV. So, und dann geht ihr einfach hier auf Absenden. Jetzt wird es gleich schon einige geben, die wahrscheinlich meinen Wrestler runterladen werden. Ich werde den auch direkt gleich wieder rausnehmen. Weil wie gesagt, der ist ja noch nicht fertig. Das dauert hier einen kleinen Moment, bis der Upload abgeschlossen ist. Weil bei mir ist eben der Fall, ich habe sehr, sehr viele Bilder verwendet. Gerade zum Beispiel, ich habe ja mein originales Gesicht verwendet. Das habt ihr ja gesehen bei dem Portrait-Scan. Und diese ganzen einzelnen Bilder, das dauert dann eben einen kleinen Moment, bis das hochgeladen ist. Beziehungsweise dieser kleine Moment dauert hier irgendwie schon ganz schön lange. Aber auf jeden Fall, solltet ihr das dann hochgeladen haben, steht der auch in den Community-Inhalten zur Verfügung, dass sich die Leute den runterladen können. Irgendwie dauert das mir, glaube ich, gerade zu lange. Deswegen denke ich mal, gehe ich auf Abbrechen. Ja, mache ich jetzt auch. Weil, wie gesagt, das dauert sonst hier wirklich, oder? Wird der jetzt schneller? Ja, doch, er wird, glaube ich, schneller, oder? Wir sind jetzt bei der Hälfte. Ja, komm, lassen wir das. Auf die paar Sekunden, die das Video jetzt hier länger geht oder kürzer, kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Und deswegen, ja, dann kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, wie das dann aussehen würde, wenn mein Wrestler in den Community-Inhalten drin wäre. So, ich gucke jetzt nebenbei mal gerade was hier im Computer, weil ich habe nämlich ja eine Frage bekommen bei WhatsApp vom Bekannten von mir. Und was haben wir hier so? Er liegt immer noch hoch. So, jetzt müssen wir es aber gleich bald geschafft haben. Speicherdaten, Upload erfolgreich abgeschlossen. Fantastisch. So, jetzt seht ihr das hier. Und hier könnt ihr dann auch hier Uploads verwalten. Also, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, geht ihr auf Dreieck. Oh, hier ist nochmal ein altes EWO-Logo. Dann könnt ihr den auch hier wieder löschen. Und dann geht ihr hier auf OK. Und der von dir gewählte Inhalt wird aus dem WWE-Community-Inhalten entfernt und der zugehörige Uploadplatz wieder frei. Möchtest du fortfahren? Also, sollt ihr mal zum Beispiel noch was bei euch aktualisieren wollen, dann bitte ich euch, löscht den ältesten oder lasst nur den aktuellsten Upload dann drin. Damit ich da auch nicht durcheinander komme. Weil manche habe ich schon gesehen. Die haben jetzt zum Beispiel teilweise zweimal was drin. Jetzt zeige ich euch das nochmal in der Hashtag-Liste hier. Hier mein Hashtag. Nehmen wir EWO-Verse wieder. Hashtag 2 ist EWO2KTV. So, und jetzt gehen wir auf Suchen. So, und da seht ihr, mein Wrestler ist jetzt in den Community-Inhalten hochgeladen. So, und jetzt gehe ich aber nochmal zurück und nehme den direkt wieder raus. Damit nämlich, weil ich ja noch kein Moveset eingestellt habe, damit sich den keiner runterlädt. Und ich habe dann da so ein Standard-Moveset. Also, ich werde meinen auf jeden Fall hochladen. Aber da wird dann eben alles so eingestellt sein, wie ihr den Wrestler dann auch bei mir im Universe-Mode sehen werdet. So, der Jute-Mann ist wieder weg. Sehr gut. Das war es dann mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt wirklich alle Unklarheiten beantworten. Solltet ihr noch irgendwas wissen wollen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Aber ich denke mal, es ist jetzt alles beantwortet. Bis 29. Dezember, 18 Uhr, habt ihr Zeit, euren Wrestler hochzuladen. Der dann in den ersten 10 bis 14 Folgen dabei ist. So viele Folgen werde ich mich im Voraus aufnehmen. Und alles, was dann eben nach 18 Uhr hochgeladen wurde, das wird dann auch erst so ab Folge 14 in meinen Universe-Folgen drin vorkommen. Also Leute, wenn ihr auch noch Lust habt, kommt gerne auf meinem Discord-Channel vorbei. Der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Da ist zum Beispiel der Hergi. Der hat auch schon sehr viel seine Hilfe angeboten. Hier bei irgendwelchen Charakter-Erstellungen. Diverse andere Leute, wenn ihr euch bei Wrestling austauschen wollt. Also ich finde Discord ist schon eine sehr, sehr geile Sache. Weil viele schreiben auch immer, oh, das wäre total cool, dass man mit mir da so gut schreiben könnte. Ich kann mir eben bei Discord mehr Zeit nehmen. Wenn ich zu Hause bin, läuft Discord bei mir den ganzen Tag. und ich kriege dann eine Benachrichtigung auf dem PC. Bei YouTube werde ich halt erst darauf aufmerksam, wenn ich auf mein Handy gucke. Also wie gesagt, Discord kriege ich eigentlich immer sehr, sehr schnell die Mitteilung und kann euch da auch relativ zeitnah da antworten. Also solltet ihr Bock drauf haben, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Der Link unten in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts, Facebook, Twitter, Instagram verlinkt sind. Solltet ihr dort registriert sein, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal mal ein Abo und Follow hinterlassen würdet. Wäre eine coole Aktion von euch. Ansonsten, wenn ihr das erste Mal hier dieses Video gesehen habt, ab 1. Januar 2018 gibt es auf meinem Kanal den Universe Mode, der die Karriere von meinem Wrestler auf YouTube übernehmen wird. Also er übernimmt den 12-Uhr-Spot. Außerdem gibt es momentan noch das Weihnachts-Match, das Dusty Rhodes Classic Tag Team Turnier. Also solltet ihr wirklich WWE-Fans sein auf meinem Kanal, bekommt ihr schon eine Mengen geboten. Außerdem noch FIFA 18-Pack-Openings von den Squad Battle Rewards. Trotzdem nächstes noch wieder die Weekend League. Fortnite Battle Royale gibt es hin und wieder mal. NHL 2018. Also ich biete euch schon eine relativ breite Auswahl an Content. Sogar hier Konzertauftritte von Guns N' Roses. Limp Bizkit wird im Sommer dazukommen. Also ist eigentlich für jeden Mann was dabei. Also solltet ihr das Ganze cool finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Weg mit mir gehen würdet und meinem Kanal mal ein Abo hinterlassen könntet. Ich bedanke mich dann jetzt bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch weiterhin frohe Festtage. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao. Ciao.